Es gibt heute ein neuer Vlog, eine neue Story. Meine Haare sind gerade etwas, ja, nass. Auf jeden Fall habt ihr hoffentlich die neue Episode Monkey Dungeons gesehen, wo wir gegen den Erzillager gekämpft haben und leider eine Liga-Niederlage hatten. Und zwar, die Serie wird in ein oder zwei Wochen kommen. Auf jeden Fall nächste Woche oder übernächste Woche. Also am Samstag oder Sonntag wird die erste Folge kommen. Und ein neues Projekt startet. Wie keine Traumwelt? Und zwar habe ich noch ein neues Projekt. Und das werden wir, ich weiß nicht wann, kann es vielleicht auch heute schon sein, dass wir anfangen. Ich bin mir nicht sicher. So ähnlich wie Waro. So, oder Craft Attack oder Titan oder, äh, keine Ahnung. Hat sowas für eine Farm bauen, dass wir Stuff erfahren und gegeneinander kämpfen. Das ist auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und lasst einen Daumen nach oben, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann würde ich sagen, beholden blah, bis.